Ja, die Uni Bremen wird ja bald 50 Jahre alt und für mich ist dieses halbe Jahrhundert eine richtige Erfolgsgeschichte und ich kann mir unser schönes Land ohne unsere schöne Uni gar nicht vorstellen. Und auch mich persönlich hat die Uni Bremen sehr geprägt. Ich habe dort studiert, ich habe dort promoviert und habe ganz viel für mein privates und natürlich auch für mein berufliches Leben mitgenommen. Insofern kann ich nur sagen, weiter so und natürlich bin ich auch Mitglied im Alumni-Verein, weil ich mich mit ganzer Kraft dafür einsetzen will, politisch und privat, dass die Uni Bremen auch weiter eine gute Zukunft hat.